Hallo, hallo YouTube! Und hier ist wieder euer Sanna und willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige. Und beim letzten Mal haben wir hier uns ein bisschen verteidigt und ein paar Truppen hinzugewonnen. Oh, so ein Kram, ne? Ihr wisst schon, das Übliche. Ich hab keinen Plan. Und wir haben einen Ballistaturm verloren hier hinten, leider. Ah, und da kommen sie wieder und die fahren ganz schön auf. Ich glaub, ich stell die auch wirklich mal ein bisschen weiter nach hinten. Wenn die Burgenschützen kommen, ist es vielleicht ein bisschen besser, wenn die erste Reichweite des Ballistaturms kommt. Ich stell erst mal ein bisschen hier hinten auf. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt erscheinend Blut geleckt hier. Die wollen alle Beef. So, und ja. Aber wir luxen denen immer schön Einheiten mit Helias ab. Das ist immer sehr gut. Und ich überlege auch gerade mal, was wir machen generell so. Wir könnten, wir müssen nämlich mal wieder ein bisschen bauen hier, würde ich mal so sagen. Steinmetzüte. Wir können uns eine Steinmetzüte bauen. Wir haben nicht allzu viel Stein. Zum Beispiel hier hin. Das ist auch ein guter Platz für eine Steinmetzüte. Und der Typ macht einfach weiter. So. Und wir haben Salem hier hinten noch. Der sucht immer noch verzweifelt. Ah, er hat einen Eisenschacht gefunden. Sehr nice, Salem. Sehr nice. Da müsste ich Pilgrim da hinschicken. Ist nicht so viel Stein oder so, ne? Ne. Wohl Eisen. Wie viel haben wir noch in unserem Schacht? Ich weiß nicht. Haben wir jetzt nicht unbedingt gerade Not, ne? 4.000. Ja, das reicht noch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Salem. What the fuck? Hilfe. Ah, scheiße. Nein. Salem, lauf weg. Summoner hier. Scheiße. Scheiße. Oh ja, verfolgt mich bis hierhin. Bitte. Nein. Die schießen auf den Turm, ne? Spasten. Ah, hier hinten auch. Nein. Oh, fuck. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Scheiße. Das hätt ich schon befürchtet, dass sowas passiert. Oh, ja. Vielleicht schaffen wir das an. Ah, Hilfe. Salem wird angegriffen. Oh, fuck. Nein. Ach, da hinten. Ja, okay. Salem, Salem. Bist du wo? Hinten irgendwo. Salem. Wo bist du? Hier. Ah, unser Dorf wird angegriffen. Ach, das ist doch scheiße. Obwohl, hier hinten sind die eigentlich unbedingt nur mit rum. Ich weiß gar nicht, warum ich hier hinten überhaupt einen Turm brauche. Meine, die haben die jetzt nicht gekriegt. Ich weiß nicht, ob das gehen würde. Ja, mach die fertig. Wie gesagt, dann laufen die hier rein. Und die haben Kasernen und Garnison sogar und so einen Scheiß, weißt du. Versucht's doch. So, hier haben wir hinten wahrscheinlich ein paar Verluste zu verzeichnen. Egal. Oh, fuck. Kommen wir mehr. Ah, nein. Ich hab den Schuss gesehen. Oh, ich hab ganz viele Schüsse gesehen. Ah. Ach, fuck. Ja, ich kann mich nicht so auf zwei Fronten konzentrieren. Ich weiß es nicht. Ähm, Helias. Helias. Der ist ein Tod. Verrat. Verrat. Verrat, verrat. Wir werden sie sehen. Nein, auf die da. Da drauf. Ihr sterbt jetzt. Boom. Das wird gemacht. Ja, gut. Was ist der eigentlich? Wer ist der eigentlich? Der kann eigentlich mal wieder zurückgehen. Kannst du mal zu denen hier gesellen. Ähm, was macht der Bogenschütze? Was war denn gerade ein Live-Eigner? Ah. Ja, meinetwegen macht die... Was? Was? Ähm, warte. Wait, wait, what? Hä? Die waren... Ich schwöre, die waren eben beschädigt. respawnen die? Das wäre richtig geil. Aber der hinten ist auch nicht respawned. Muss ich mir mal angucken. Das wäre lustig. Das wäre richtig geil, wenn das so wäre. Nee, der ist weg. Der ist in der Tat weg. Na, egal. Wie gesagt, die brauche ich gar nicht. Brauche ich die hier hinten eigentlich. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Wenn ich jetzt aber nachdenke. Oh, hinten ist wer? Ach, das ist Salim. Okay. Oh, oh. Gebt acht. Euer Dorf wird angegriffen. Okay, unser Dorf wird angegriffen. Also die Dinge, die Türme halt. So, wir haben jetzt hier eine Steilm... Ah, er ist gebaut hier. Er braucht nur eins von jedem. Hm, lohnt sich da der Aufwand? Ich baue nochmal eine Sägemülle daneben. Dann lohnt sich der Aufwand. Irgendwo hier, nee, irgendwo. Irgendwo da, wo es nicht stirbt, wollte ich gerade sagen. Das stört hier überall irgendwie gerade. Ähm... Ja, baut das Ding mal... Hier so hin. Das passt schon. Nein! Oh, fuck. Was heißt ich denn ernst? Ja, wie man es nimmt, ne? Zack. Bam, bam, oh. 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 Gut. Oh, die kommen da hinten auch schon wieder. Ah, fuck. Hier steht Salim, Salim, wo... What the fuck, Pilren. Pilren. Das ist. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Das ist schön. So, ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Jetzt... ...brauchen wir nämlich mal ein paar Reiser. Da ungefähr hin. So, oh, fuck. Da kommen noch mehr. Immer schön draußen ist alle, ja. Wir haben richtig... Die fahren voll auf hier. Ich zieh das an, Alter. Streitet furchtlos. Bam. Oh, noch mehr. Für Ruhm und Ehre. Aber treibt mal nicht, Leute. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nur Mut. Wir werden siegen. Binde dein Heil auf der Seite der Erde. Okay. Oh, ho, ho. Nice. Jetzt habe ich auch so einen Typen. Oh, Junge. Das war angeschlagen. Alle wieder zurück. Oh, alle. Alle. Mit alle meine ich alle. Wo ist das Bastard? Schwertkämpfer? Junge. Übertreib mal nicht. Die brauche ich. Die brauche ich auf jeden Fall. Lüft mal zurück. Wie ihr befehlt. So, hinten steht vier Leibeigener rum, die nichts machen. Habt ihr gehört? Die können sich mal irgendwie nützlich machen. Die können mal Holz hacken. Die können mal Holz hacken. Einfach mal Holz hacken. So. Dann. Na, das brauchen wir noch nicht gar nicht. Brauchen wir noch kein Holz dafür übrigens. Ähm. Habe ich hier eigentlich von Schütze in Thailand Eisen? Mache ich. Ich muss jetzt mit mal ein bisschen was auffahren. Hier, ähm. Baum. Dein Ernst. Hakt. So, ähm. Hm. Mal gucken. Das ist schön, wenn man grad nichts machen kann. Ähm. Ja, uns fehlt ein bisschen Holz. Wie viel Holz fehlt uns? 20 ungefähr. Haben wir bald. Haben wir bald. Jetzt haben wir Holz. Genug. Holz. So, und dann kommt das Ding ungefähr hier hin. Die werden ja wohl so weit laufen. Hoffe ich. So. Der Tag der Abrechnung. Okay. Können noch mal ein paar mehr. Hm. Weiches Leder. Das ist gut. Wir haben leider kein Holz. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt feierabeln? Die sind richtig nützlich. So. Kommt. Ich hab's gesehen, Leute. Wie ihr wünscht. Hm. Dann nicht. Ich werde wieder weg. Der hier ist nicht irgendwie... Ich schwöre, die haben die doch vorhin angegriffen. Salem ist hier. Salem. Wo bist du? Salem steht hier. Was machst du denn da, Salem? Bis dahin. So. Perfekt. Salem ist auch da. Ein bisschen erforscht. Ich weiß nicht so recht, ob ich reingehen soll. Wir brauchen viel mehr Holz. Wir brauchen viel mehr Holz. So. Mach das erstmal. Was macht der denn hier? Ja. Ich sehe euch. Ich sehe euch. So. Boah. Da sind viele Bogenschützen. Gut. lehrt sie das Fürchten. Folge der gerechten Sache. Deine Sünden. Seien wir vergehen. Okay. Sei da. Nice. Kompletter Trupp. Für Ruhm und Ehre. Sehr nice, Helios. Boah. Guck dir diese Pfeile an, ey. Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr Arme. Immer schön drauf, Leute. Immer schön drauf. Der ist gut wie tot. Perfekt. Du auch. Läuft doch. Alle schön durch das Tor und... Oh, wir haben keinen Platz mehr für weitere Einwohner, sehe ich gerade. Was brauche ich denn für ein Dingens? Ein Handelswesen. Ein Handelswesen, bitte. Macht schneller. Ich kann keine Einwohner mehr aufnehmen. Ist natürlich schlecht. Technologie ist erforscht. Okay. Ja. Macht das und Handels... Nee. Weiterbringung zum Langbogenschützen. Lehm und Stein. Haben wir genug? Eigentlich könnte ich auch mal das Ding hier, die Kaserne ausbauen. Das heißt, wir können den hier auch nicht nachrekrutieren. Der nehme ich schon mal wieder zurück. Ich habe euch gesehen. Achso, okay. Läuft. Ich habe euch gesehen da hinten. Können wir eigentlich irgendwas machen? Tribute? Auftrag. Befreit die. Ja, errichtet die Kathedrale neu. Aber hier. Könnte ich da drauf nicht mal irgendwie hinarbeiten? Sind nicht irgendwie ein Bauzentrum oder so? Ausbau vollbracht. Der Tag der Abrichtung. Ist hier drauf? Hier drauf ist eins. Aha. Na gut, da bringt er mir nicht allzu viel. Leider. Der hier ist fast hin. Ausbau vollbracht. Okay, ähm. Perfekt. Ich brauche jetzt das Handelswesen hier oben nur. Und wir nähern uns auch schon bald dem Ende der Folge. Sehe ich gerade. Hm. Ist wirklich nicht gerade viel, was wir gerade tun können, ne? Ja, ich warte schon so ein bisschen darauf, dass ich die Folge beenden darf. Laut meinem Zeitplan hier. Ich habe hier einfach nur eine Uhr da stehe und ich gucke immer so ein bisschen drauf. Und ich... Ich setze mir auch in so eine Minute und dann sage ich, okay, da höre ich auf. Es ist passiert irgendwas wie ein großer Angriff. Oh mein Gott. Weit weg, Leute. Ich will jetzt das jetzt kurz beenden hier. Eine neue Technologie. Danke. Und ja, meine Uhr ist wundersprungen. Ja, bitte greift nicht mehr an. Das heißt, ich beende damit diese Folge. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir wieder einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sanna.